Sage und schreibe 125 Folgen hat es gedauert, bis ich endlich über meinen absoluten Lieblingswein, über meinen absoluten Lieblingsstil reden darf, Bordeaux. Bordeaux ist unter anderem dafür verantwortlich, dass ich zum Wein gefunden habe, mich mit der Geschichte von Wein beschäftigt habe und was diese Flasche 1962er Sautern der Firma Krüß damit zu tun hat, das klären wir in der heutigen Folge. Und auch wenn es mal heute nicht um Pino geht, es ist trotzdem ein ganz besonderes Thema und eine geniale Sache, um tiefer in das Thema Wein einzusteigen. Viel Spaß! Willkommen zur Pino und Pixel Podcast Folge Nummer 125. Sie ist da, die Bordeaux-Folge. Ich freue mich seit Monaten darauf, endlich über meine Lieblingsweinregion reden zu können. Die Region, die dafür verantwortlich ist, dass ich mich in Wein verliebt habe, dass ich mich in die Geschichte von Wein tiefer eingelesen habe. Und ich habe ein paar spannende Geschichten dabei, warum das sich letzten Endes so zugetan hat. Und vielleicht ist für dich ja auch das eine oder andere dabei, wo du sagst, macht vielleicht Sinn, dass ich mir das Ganze mal anschaue. Bevor wir uns Bordeaux an sich anschauen, macht es Sinn, dass wir mal einen kurzen Blick auf das Weinland Frankreich werfen. Frankreich ist seit Jahrhunderten ein Weinland. Wein ist fest in der Kultur verankert. Und die Geschichte, also Frankreich hat eine sehr belebte Geschichte, die getrieben wurde von Hunderten von Invasionen, von Besetzungen. Jede Kultur hat ihr eigenes Thema mit beigetragen zur Kultur und hat das Thema Wein auch dort fester und fester etabliert und hat dazu geführt, dass Frankreich Stand heute, 2023, die aktuellen Zahlen, das Land mit der höchsten Weinproduktion der Welt ist. Italien war eine Zeit lang vorne dran. Die hatten die letzten zwei Jahre durchaus mit Schwierigkeiten zu kämpfen, die auch klimatisch bedingt sind. Und deswegen hat Frankreich seit 2023 mit 45 Millionen Hektolitern wieder Platz 1 vor Italien mit 43. Frankreich hat in den letzten 120 Jahren durchaus eine sehr belebte Geschichte, was Wein angeht, vor allem aber auch, was die Verbindung mit Wein und der Gesellschaft angeht. Und ich habe irgendwann mal, da habe ich in der Podcast-Folge um die 60er rum auch schon mal drüber gesprochen, in der Werbekampagne entdeckt, aus den 50er und 60er Jahren, Santé, Sobriété, also die Gesundheit verbunden mit Nüchternsein. Und diese Kampagne hat versucht, in der französischen Kultur zu verankern, nicht zu viel Wein trinken, das ist schlecht für die Gesundheit. Aus dem Mittelalter kommend war Wein, nicht nur in Frankreich, das war auch in Deutschland so, eins der saubersten Getränke, dass tatsächlich Wasser zum Beispiel vorgezogen wurde, weil es durch den Fermentationsprozess eben biologisch, mikrobiologisch relativ stabil war. Also ich musste wenig Angst haben, dass mir was passiert, wenn ich Wein trinke, aber die Gefahr war durchaus da, wenn ich Wasser trank. Und es gab Zeiten, da hat im Schnitt jeder Franzose, jede Französin ungefähr 5 Liter Wein am Tag getrunken. Und das hat sich dann natürlich ein bisschen abgebaut. Und dennoch war es völlig normal, immer noch in den 50er Jahren, dass man eine Flasche oder einen Liter sogar Wein am Tag getrunken hat. Und diese Werbekampagne hat das Ganze aufgegriffen. Ich habe in der Weile versucht, mich da nicht nur einzuarbeiten, sondern vielleicht auch sowas zu bekommen. Und ich habe es tatsächlich geschafft, Anfang des Jahres eine dieser Werbeplakate zu bekommen. Die sind relativ teuer und schwer zu finden. Ich habe sie dann letzten Endes über Le Bon Croix, das ist so das französische Pendant von Kleinanzeigen, ehemals eBay Kleinanzeigen, gefunden. Ich zeige euch das mal kurz. So sieht dieses wundersame Stück aus. Was man hier sehen kann, ist eine Werbeplatte, nenne ich es jetzt mal, worauf steht, dass Alkohol der Freund sein kann, der dich, sag ich mal, negativ beeinflusst, wenn du mehr als einen Viertelliter Wein konsumierst oder zwei Flaschen Bier, zwei halbe Liter Bier zum Essen. Also pro Essen nicht mehr als ein Viertelliter Wein. Und das ist schon die abgemagerte Version. Es gibt ein Werbeplakat, ein Werbeplakat, wo draufsteht, denk bitte daran, nicht mehr als ein Liter Wein am Tag, sonst wird es ungesund. Und da kommt Frankreich her. Sie haben immer noch einen sehr, sehr hohen Pro-Kopf-Verbrauch und trotzdem hat sich das zumindest gesellschaftlich etwas entschärft, nennen wir es mal so. In Zeiten von Global Warming wird es immer schwieriger, dort Wein anzubauen in der Stilistik oder in den Stilen, die wir heute kennen. Also die Champagne hat immer mehr damit zu tun, dass sie Weine hinkriegen, die noch die Geschmeidigkeit haben, die nicht über 13,5 Alkohol kommen. Die Lesezeitpunkte verschieben sich alle immer weiter nach vorne. Also sprich, es wird immer früher gelesen und auch Bordeaux hat damit ganz schön zu tun. Wir kommen dann später noch dazu, was das für die Rebsorten dort bedeutet. Generell, für mich ist es weniger ein Global Warming, sondern eher ein Global Weirding, also noch viel schlimmer. Wir hatten das Thema schon mal in der Folge, als wir über Schweden gesprochen haben. Es ist nicht allein damit getan, dass wir uns immer weiter nach Norden bewegen oder auf die kühleren Ecken. Das tut zwar, sag ich mal, einen positiven Teil dazu beitragen, dass die Reben vielleicht nicht super viel Sonne kriegen. Gleichzeitig verändert sich aber auch in diesen Regionen und auch in Frankreich das Wetter zu Extremen hin. Wir haben es in Italien letztes Jahr gesehen, wir haben es in Frankreich gesehen und es zieht sich mehr und mehr durch die letzten, sagen wir mal 20 Jahre, dass immer mehr Extremwetterereignisse auftauchen. Also es wird immer verrückter tatsächlich mit Hagel, mit Spätfrost, mit extremen Unwetter, mit Stürmen und das wird uns die nächsten Jahre noch viel mehr beschäftigen. Und Bordeaux ist eine der Regionen, die tatsächlich klimatisch bedingt davon extrem beeinflusst ist, weil sie eine sehr krasse Nähe zum Atlantik hat, der eben so ein bisschen Bordeaux zu seinem Spielball macht. Und was das alles bedeutet, hat sich auch unter anderem darin gezeigt, wie die Jahrgänge unterschiedlicher nicht sein können. Also gerade Bordeaux ist eine der Regionen, wo wir von extremen Jahrgangsunterschieden sprechen. Heute ist es so, mit dem Wissen, das wir haben und mit der hochentwickelten Technologie, dass es einfacher ist, gerade für die großen Häuser, eine konstante Qualität zu liefern. Und trotzdem ist es so, dass wir immer wieder Jahrgangsschwankungen haben. 2015 bis 2023 oder zumindest 2022, 23 ist ja noch nicht verkostet, hat sich abgezeichnet, als dass da eine sehr, sehr hohe Dichte ist an unglaublich guten Jahrgängen. Auch klimatisch bin ich natürlich und trotzdem geht es immer wieder Jahre, wie auch 2017, wo dann mal der Frost kommt, der Hagel oder wo es einfach auch sehr, sehr kühl und nass ist, wo dann wieder entsprechend die Schwankungen da sind. Und die wirken sich dann auch auf die Lagerfähigkeit dieser Weine aus. Und wenn eine Region tatsächlich prädestiniert dafür ist, über die unterschiedliche Lagerfähigkeit, nicht nur von Weingütern und Weinen, sondern auch von Jahrgängen zu sprechen, dann ist das definitiv Bordeaux. Und das gilt für viele andere Regionen auch, die Jahrgangsschwankungen haben. Bei Bordeaux, finde ich, ist es sehr, sehr krass zu spüren, vor allem, wenn man so 30, 40 Jahre zurückgeht. Ich bin großer Bordeaux-Fan, schon über 10 Jahre mittlerweile und gerade mit dem Verkosten durch die Jahrgänge bis in die 70er, 80er Jahre zurück, habe ich gemerkt, wie unterschiedlich die doch sein können und vor allem, wie sie sich auch tatsächlich entwickeln können. Bordeaux heute ist eine Weinregion, die ungefähr 120.000 Hektar hat. Das ist ein bisschen mehr als Deutschland, also so 10, 15 Prozent mehr, als wir Deutschland haben. Generell auf einer Fläche, die Aquitaine, Aquitanien ist so die Region, ungefähr so groß wie Österreich ist. Also nur, damit ihr das mal ungefähr einsortieren könnt. Bordeaux steht für viele von uns für Rotwein. Und tatsächlich, wenn man sich diesen Rebschortenspiegel anschaut, es gibt leider keine 100 Prozent verlässlichen Zahlen, es schwankt immer mal, aber man geht davon aus, dass es so 80, 85 Prozent rote Reben sind und ungefähr 15 bis 20 Prozent weiße. Ja, es gibt auch Weißwein in Bordeaux, und zwar richtig guten. Und die Rebsorten, die das im Wesentlichen dominieren, bei Rot und bei Weiß. Bei Rot ist es Cabernet Sauvignon, Merlot und Cabernet Franc. Das sind die drei großen. Da gibt es noch ein paar kleinere, Malbec, Carmenet und Petit Verdot, in ganz geringen Prozentsätzen. Und beim Weißen ist es Semillon und Sauvignon Blanc. Da gibt es auch noch eine dritte, die verwendet wird, Muscadel, auch ein sehr, sehr kleiner Anteil, aber den Großteil machen die anderen beiden aus. Und Bordeaux Weiß ist definitiv ein Versuch wert. Ich meine, klar, die meisten von uns, wenn sie sich mit Bordeaux beschäftigen, kennen wahrscheinlich die Grand Cru's oder wissen zumindest, dass das gerade in der Weinbubble für Bordeaux steht. Weiße Weine sind da jetzt per se nicht betrachtet worden damals, nur heute ist es so, Bordeaux kann auch weiß, und es lohnt sich definitiv, da mal hinzugucken. Da gibt es ganz tolle Weine, die auch im fairen Preislevel liegen, um die 15 bis vielleicht 30 Euro, die groß sind und die auch alt werden können. Ich denke an Clos Floriden zum Beispiel, an Chateau de Fiosal, das ist so im Süden, Pessaclion, Graf, Duventus Chevalier, das sind ganz, ganz tolle Weiße Weine, die auch durchaus Alterungspotenzial haben und die einen tollen Charakter und in meinen Augen einen super Geschmack mitbringen. Das, was natürlich Bordeaux ausmacht, einen Großteil ist rot und das, was im Endeffekt dahinter steckt, dass dieser Ruf weltberühmt geworden ist, ist eine sehr, sehr belebte Geschichte, die so ein bisschen im Wesentlichen ihre Vollendung in dieser Klassifikation von 1855 gefunden hat. Also wenn ihr einen größeren Bordeaux in die Hände bekommt, wo dann Grand Cru Classé draufsteht, steht da drauf 1855 hier und da und das ist das Jahr, in dem diese Klassifikation stattgefunden hat, wo man sich daran orientiert hat, wie damals die Lage der Qualität und auch der Preise war und das ist auch schon so der Punkt, wo gerade diese Klassifikation diskutiert wird, heiß diskutiert wird, auch heute sehr, sehr häufig hinterfragt wird und es gibt zwei Sichten auf diese Klassifizierung. Bloß bevor wir uns das anschauen, vielleicht noch zwei, drei Sprünge zurück in der Geschichte, warum ist denn Bordeaux eigentlich das Ding für Wein, für Weinhandel gewesen oder auch heute noch? Bordeaux ist eine, ja, fast Küstenstadt. Also es gibt noch einen kleinen Ausläufer des Flusses, der dort oben rausgeht. Bordeaux ist generell die Region der Flüsse, die Garonne, die Gironde und die Dordogne sind diese drei Flüsse, die treffen sich wie so ein Y, die auf dem Kopf stehen, fließen dann nach oben in Richtung des Atlantiks und Bordeaux liegt eben so ein paar Kilometer entfernt von der Mündung zum Atlantik und war dadurch eben an den Atlantik angebunden und prädestiniert dafür, dass man dort Handel getrieben hat. Und Bordeaux war insbesondere durch die starken Holländer und auch damals noch Holland, heute Niederlande und durch die Engländer getrieben davon, dass der Handel wirklich floriert hat. Also die beiden Nationen sind dafür durchaus verantwortlich, auch im Zuge der Kolonialisierung, dass Bordeaux der Handelsplatz war und nicht nur für Wein, sondern auch für Gewürze, für die unterschiedlichsten Waren, die man sich vorstellen kann, Stoffe und so weiter. Und es war auch immer wieder ein Schlagabtausch in dieser beliebten Geschichte von Bordeaux zwischen Holland und England, die beide a in Konkurrenz oder b dann auch gemeinsam dazu geführt haben, dass Bordeaux als Weinregion immer beliebter, immer attraktiver wurde. Holland hat sehr, sehr viel investiert, auch in die Weiterentwicklung der Weine. Die haben durch teilweise Zufälle festgestellt, was sich positiv auswirken kann auf den Transport von Wein. Es ist unter anderem entdeckt worden, wenn man das Zeug im Holzfass länger verschifft, dann vielleicht nicht konsumiert, dass die Weine einfach viel geschmeidiger für runter sind, wenn sie wieder zurückgekommen sind mit dem Schiff. Gab es Handelsrouten, die Richtung Indien zum Beispiel gingen, wo man dann eben genau das festgestellt hat. Holland war maßgeblich daran beteiligt, dass Schwefel zunächst für das Neutralisieren der Fässer und später dann auch im Weinberg gegen Mehltau eingesetzt werden durfte. Alles noch im 19. Jahrhundert, also wo das alles noch so sehr in den Kinderschuhen stand, was wir ja heute als völlig normal ansehen. Und dieser Innovationstrieb hat natürlich auch dazu geführt, dass die Qualität sehr, sehr viel höher geworden ist. Die haben angefangen, Weine zu fördern, große Weingüter zu fördern. Und das Erste, was damals in der Geschichte aufgedaucht ist, ist Aubriant, damals noch in einer ganz abgefahrenen holländischen Schreibweise mit H, O und mit Y. Heute Aubriant ist eines der Grand Cru Classé in der allerersten Stufe Premier. Es gibt nur fünf Weingüter, die ganz oben in dieser Stufe sitzen. Und Holland war der maßgebliche Treiber für Aubriant. England hat dann irgendwann erkannt, okay, da kommen große Rotweine raus. Vielleicht könnten wir das auch wieder fördern. Die Londoner High Society hat dann so im 18. Jahrhundert zum Wein gefunden, hat sich vielmehr mit diesem intensiven, ausdrucksstarken und auch lagerfähigen Rotwein beschäftigt, hat dann entsprechend gerade in den Königshäusern und auch generell im Adel die Nachfrage generiert, was dazu geführt hat, dass das Ganze weiter gewachsen ist. Und derjenige, der unter anderem oder im Wesentlichen für die Klassifikation von 1855 verantwortlich ist, ist Napoleon III. Der wollte nämlich 1855 auf der Weltausstellung zeigen, was Frankreich alles kann. Und es war für die meisten Waren aus Frankreich relativ simpel, zur Hauptstadt nach Paris zu kommen. Das Einzige, was schwierig war, war Bordeaux. Bordeaux, die Weine, nach Paris zu bekommen, hätte damals gehiesen, aufgrund der ganzen Zersplitterung der einzelnen Regionen, die unterschiedliche Zölle erhoben, Steuern, diese typischen Weggelder, die man da, diese Passiergelder, die man zahlen musste, der Wein wäre so teuer geworden, wenn er in Bordeaux, in Paris gewesen wäre, dass sich die Leute das nicht hätten leisten können. Also hat er gesagt, hey, wir machen das vielleicht anders, schickt uns ein paar Weine für diese Weine, für diese Weltausstellung, gibt uns eine Klassifizierung mit an die Hand und nach dieser Klassifizierung können wir dann auch zeigen, wie groß die sind. Und diejenigen, die er damals gefragt hat, könnte mir so eine Liste erstellen, das waren die Broker damals, die Händler, weil die wussten natürlich, was sich in den letzten 50 bis 100 Jahren an Qualität hervorgetan hat. Und so kam es, dass damals am 18. April 1855 diese Broker, diese Händler, basierend auf ihrer Expertise diese Weinliste nach Paris geschickt haben und das ist die heute noch gültige Klassifikation. Und jetzt kommen wir auch schon zu diesem Kritikpunkt. Man kann jetzt auf der einen Seite sagen, die Klassifikation war damals nicht nur für das Jahr aktuell oder 10 Jahre zurück, sondern für die letzten 50 bis 100 Jahre der Ausdruck der Qualität der Häuser. Das heißt, das, was damals schon Qualität war und was sich über Jahrzehnte etabliert hat und heute auch noch so ist, ist die Basis dieser Klassifikation gewesen. Gleichzeitig ist das auch ein Stück weit der Kritikpunkt, weil diese Rangfolge dieser fünf Stufen in der Grand-Cru-Klassifikation ist zum einen basierend auf den damaligen Preisen, auf den mittleren Preisen des Marktes aufgestellt worden und das hat dann dazu geführt, dass ich die in diese fünf Klassen eingeteilt habe und zum anderen ist es so, dass das bis auf eine einzige Ausnahme nur das Médoc betrifft. Also Aubriant, über die haben wir schon gesprochen, die sitzen weiter im Süden, in Pessac. Das sind die einzigen, die es geschafft haben, in dieser Médoc-Klassifikation dabei zu sein. Und ein paar von euch, die wissen, Bordeaux ist ja viel mehr als Médoc. Es gibt Saint-Émilion, es gibt Pomerol, also das ganze rechte Ufer fehlt. Das war damals einfach nicht Teil dessen. Und genau dieser Kritikpunkt ist das, was heute auch immer wieder so ein bisschen nach außen noch kommuniziert wird. Klar, 1855 war das der Stand der Dinge. Nur auf Preisen basierend und nicht mehr auf Qualität das Ganze unverändert zu lassen, ist eigentlich ziemlich blöde. Nichtsdestotrotz, es gab in der Geschichte nur zwei Änderungen. Die eine gab es im Oktober 1855, als sich die damalige Chefin von Chateau-Cantemere dafür ausgesprochen hat, ey, wollt ihr euch nicht nochmal unser Chateau angucken, weil eigentlich gehört es rein. Und die Madame hat es dann tatsächlich geschafft, dass Chateau-Cantemere noch mit aufgenommen wurde als 5. Stufe. Und die zweite Veränderung, die es gab, 1973, Mouton-Rotschild war, ist einer der größten Namen überhaupt, Mouton-Rotschild war damals 2. Grand-Cru-Klasse, 2. Stufe, aber immer Platz 1, ungeschlagen. Und ein damaliger Landwirtschaftsminister hat sich sehr, sehr stark gemacht dafür, dass Mouton doch aufgehoben wird in die oberste Riege, in die Premier-Grand-Cru-Klasse, was tatsächlich dann auch passiert ist. Heute kennen wir 5 und eins davon ist Mouton-Rotschild und dieser Minister war kein geringerer als Jacques Chirac und der hat eben veranlasst, 1973 Mouton in den Olymp der Premier-Grand-Cru-Klasse in Bordeaux hinaufzuheben. Das waren die einzigen beiden Änderungen und das ist eben eine dieser Hauptkritikpunkte, die sich da über die Zeit etabliert haben, weil es eben ein System ist, das in Stein gemeißelt ist und es gibt verschiedene Näherungsweisen, wenn man jetzt sagen kann, was kann man denn mit dem System machen oder nicht, noch ist es so, es ist in Stein gemeißelt. Ein Weg, den ich sehr, sehr cool fand, der Mensch, über den ich auch sehr viel stärker ins Bordeaux gefunden habe, ist René Gabriel, seine Bibel, Bordeaux Total, das ist, ich glaube, von 1998 die Ausgabe, da sind nämlich ältere Jahrgänge drin, das war das Spannende für mich, die jüngste Ausgabe, die es gibt, ist von 2006 und was der gemacht hat, ist, der hat basierend auf seinen Bewertungen und der Mann hat echt viel verkostet, immer wieder das Durchschnitts-, also die Klassifikation hinterfragt und sie dann neu geordnet und dann kam eben raus, dass vielleicht welche von oben aus der zweiten oder dritten Stufe deklassiert wurden und dass welche von unten nach oben gehoben wurde, weil es eben um die Qualität ging und nicht allein um das, was der Preis letzten Endes nach außen aussagt und im Endeffekt gibt es zwei Menschen, die in der Weinbranche als absolute Experten gelten für Bordeaux, das eine ist René Gabriel, der Schweizer, der viele Jahre im Mövenpick verantwortlich war für den Bordeaux-Weineinkauf, jemand, der Bordeaux kennt wie seine Westentasche und der sich sehr, sehr viel stärker auf das Inländische, auf die Weingüter, die Geschichte und die Entwicklung fokussiert hat und der zweite im Bunde ist Robert Parker, der einen viel, viel internationaleren Anspruch hat, auch der hat eine Bibel Parker Bordeaux, auch spannende Informationen drin, so ein Schinken, also 10 cm dick das Ganze, ein super Nachschlagewerk, wenn es um die einzelnen Weingüter geht und der hat eben eine internationalere Ausrichtung gehabt und hat auch mit seinem Punktesystem dafür gesorgt, dass viele dieser Weine extrem gepusht wurden international, was leider auch dazu geführt hat, dass manche Chateaus natürlich nach seinem Gaumen ihre Weine ein bisschen verändert haben, heute einer der wichtigsten Kritikpunkte für viele Weingüter und ja, diesen Push, dieses Schwung einfach mitnehmen zu können, den Robert Parker über seine Punkte dann gegeben hat. Nichtsdestotrotz, gerade so James Suckling, René Gabriel, Wine Spectator oder Robert Parker sind diejenigen, die die Punktewelt bestimmen. Wine Spectator, Robert Parker haben die 100-Punkte-Skala, René Gabriel hat es auf 20 Punkte beschränkt. Sind die, die so auch international anerkannt sind und immer wieder gesehen werden, wenn es darum geht, was ist denn dieser Wert oder dieser Wein eigentlich wert? Ich will nicht zu sehr abschweifen, weil allein dieses Thema Punktevergabe für Weine ist eine eigene Folge wert und durchaus auch hier und da immer mehr in der Kritik, weil es heutzutage ja mittlerweile möglich ist, über 90 Punkte zu kriegen für einen gut gemachten Wein, der aber vielleicht nicht die Klasse, die Lagerfähigkeiten und das alles mitbringt von einem Wein, der vor 10 Jahren noch schwer an seine 92 Punkte gekommen ist, aus Bordeaux, Burgund oder vielleicht auch ein deutscher Riesling. Diese Klassifikation hat bis heute Bestand. Trotzdem hat Bordeaux sich gedacht, irgendwie müssen wir noch andere Systeme schaffen, wie wir es hinbekommen, eine Sichtbarkeit zu kriegen für andere Weingüter, die vielleicht nicht Teil dieser Klassifikation sind, weil wir ja doch schon davon 50 bis über 1000 Euro pro Flasche reden. Angetrieben davon hat man dann diverse andere Regionen auch klassifiziert. 1855 ist Saint-Emilion klassifiziert worden, die Crue Bourgeois kamen dazu, das ist quasi die nächste niedrigere Schiene auf Medox-Seite in drei verschiedenen Ausbaustufen und 1987 hat man Pessac-Leonion auch noch eine eigene AOC gegeben, um deren Sichtbarkeit auch nach außen bewerkstelligen zu können. Und all das trägt unter anderem natürlich auch dazu bei, dass die Preise immer weiter nach oben gehen. Heute gibt es viele Rufe danach, ob Bordeaux seine Preispolitik nicht vielleicht ein bisschen überdenken sollte, weil es eben auch immer mehr Leute gibt, die sagen, ich gehe irgendwann diesen Spaß nicht mehr mit. Auch darüber haben wir in vielen Folgen schon gesprochen. Bordeaux ist nun mal eine dieser Regionen, die diesen Push über dieses Subskriptionsprinzip hat und jedes Jahr die Preise erhöht. Letztes Jahr im Schnitt 16 Prozent. Klar, Inflationsbegründe, nur das war in den vorherigen Jahren ähnlich und irgendwann muss da vielleicht mal ein Deckel drauf und es gibt mittlerweile durchaus Weingüter, die das Ganze hinterfragen und es gibt auch ein, zwei Experten, die sich schon geäußert haben dazu, die als Negotiant, als Händler, als Broker, Coutier, was auch immer tätig sind im Weinhandel in Bordeaux, die sagen, es zeichnet sich so ein bisschen ab, dass es vielleicht das ein oder andere Weingut geben wird, dass mit dem Jahrgang 23 so einen Schritt gehen wird wie 2019, der ja im ersten Covid-Jahr 2020 vertrieben wurde und die Preise vielleicht zumindest auf dem Level von diesem Jahr hält oder vielleicht sogar wieder einen Schritt nach unten, um das wieder attraktiver für die Leute zu machen, weil dieses Subskriptionsprinzip, was, wer das nicht kennt, im Wesentlichen darauf basiert, im April des Folgejahres der Lese werden von Expertinnen und Experten die Weine verkostet, April, Mai und dann entsprechend deren Expertise, wie gut der Jahrgang war und wie er sich entwickelt wird, die Preise festgelegt werden. Und früher war das so, dass man da krasse Renditen erzielen konnte. Das kommt dann zwei Jahre später auf den Markt. Das heißt, wenn wir jetzt dieses Jahr im April 2024 vielleicht ein bisschen später die Weine aus 2023 verkosten, kommen die erst 2026 im Herbst auf den Markt und natürlich liegt da viel dazwischen, die Welt entwickelt sich weiter, nichtsdestotrotz vor 20 Jahren war da ein Riesengepp dazwischen. Da gab es Weine, da konnte ich 30, 40, 50 Prozent rausholen. Ich habe sie en primeur gekauft in der Subskription, habe sie liegen lassen, wenn ich sie dann bekommen habe und irgendwann ist der Preis dann gesprungen. Der erste Sprung kam, als die Weine auf den Markt kamen, da waren dann so 15, 20 Prozent drauf teilweise und dann ging es eben noch weiter mit der steigenden Nachfrage, die sich natürlich durch die wachsenden Preise in den letzten Jahren immer weiter zurückschraubt und das betrifft nicht nur mich, gibt es Statistiken dazu und wenn ich nur mal in meinen Freundeskreis schaue, da sind viele dabei, die auch sehr, sehr gerne Bordeaux mögen, die mittlerweile sagen, mir sind die Preise einfach zu irre geworden. Entweder gehe ich zu Weingütern, die weiter unten sitzen oder ich subskrippiere vielleicht einfach gar nicht mehr und schaue, was der Markt aus diesen ganzen Sachen macht. Um das Ganze vielleicht von einem anderen Blickwinkel noch zu betrachten, klar sind die Grand Cruis diejenigen, die einfach zu finden sind, die auch viele, viele Bewertungen kriegen und die auf den einschlägigen Seiten, es gibt einen Haufen große Subskriptionshändler in Deutschland, es gibt Lobenberg, es gibt C&D, es gibt Ungerweine, die sehr, sehr einen großen Anteil ausmachen auf dem Markt, was Subscription angeht und da finde ich die großen Weine, ich finde aber auch die kleinen und gerade diese Weine sind eigentlich die, wo es sich lohnt hinzugucken. Wenn es eine Sache gibt, die Bordeaux absolut auszeichnet, ist es, dass sie einen extrem guten Preis-Leistungs-Wert haben, wenn ich mich mal in diesem Bereich von sagen wir mal 10 bis 30 Euro bewege, also was ich da kriege für mein Geld, was Qualität, Komplexität, Langlebigkeit angeht, das ist sehr, sehr schwer zu finden. Also das ist das in einzelnen Weingütern, vielleicht in einzelnen Regionen hier und da auch gibt, ja, bloß bei Bordeaux, meiner Meinung nach, in diesem Preis-Range von 15 bis 30 Euro, da gibt es Weine, die sind ihren Cent wert, die sind vielleicht nicht immer einfach zu finden, wenn es gerade um die Lagerfähigkeit geht, nur eben diese Subscriptions-Händler, die haben alle irgendwie ihre Lieblinge und da tun sich durchaus Weingüter hervor, die das im Kreuz haben, die eben diese Preise erfüllen. Ich denke an Moulin-Olaroc zum Beispiel im Françac, eine Region, die kaum jemand auf dem Schirm hat, Chateau du Retou, Roland de Bi, Chateau Menet, Clomanou, Chateau Cigar, Chateau Olivier, Chateau Belgrafe, das sind alles Weine, die sich in diesem Preis-Range zwischen 15 und 40 Euro abspielen, wo ich sage, Preis-Leistungstechnisch absolut top, kein Grand Cru Level und trotzdem jeden Cent wert und von der Qualität her nicht zu vernachlässigen. Nichtsdestotrotz, viele von uns stehen einfach auf diese Grand Cru's und es macht natürlich dann auch den ein oder anderen Charme aus, so einen tollen Wein im Keller zu haben, ihn reifen zu sehen und dann irgendwann nach 10, 20 Jahren öffnen zu können. Schauen wir uns vielleicht mal an, was in Bordeaux konkret gemacht wird, dass eben diese Qualität entsteht. Also wenn wir uns jetzt mal auf Rot fokussieren, vielleicht noch einen Schritt zurück, Bordeaux hat sich als eine der ersten Regionen dadurch ausgezeichnet, dass die Cuvée, die ja in Deutschland durchaus einen schwierigen Ruf genießt, weil man immer denkt, dass es irgendwas zusammengepanscht ist, etabliert hat, als das Beste, was sich rausholen kann aus meinen Wein. Eine Cuvée ist letzten Endes das Miteinandervermengen von unterschiedlichen Weinen, nicht mal, von unterschiedlichen Grundweinen, das können unterschiedliche Rebsorten sein, unterschiedliche Parzellen, unterschiedliche Jahrgänge. Also alles ist möglich und diese Cuvées sollen der Ausdruck sein, des Besten, was dieses Weingut eben zu bieten hat. Mal abgesehen von diesem einen Punkt, das ja sehr, sehr wichtig ist, um natürlich auch das Ganze verkaufen zu können und die Kundschaft zufriedenzustellen, ich habe eben auch die Chance, durch diese Cuvetierung Jahrgangsschwankungen, Probleme im Weinberg, etc. auszugleichen, um trotzdem einen großen Wein hinzubekommen. Ganz wenige Weingüter machen das heute noch so, dass wenn die Jahrgänge richtig grauenvoll waren, dass sie den einfach auslassen und das vielleicht auf eine kleinere Charge beschränken. Manche Chateaus haben einen Zweitwein, der dann vielleicht nur damit gemacht wird. Ich sehe den mal seltener, weil da natürlich auch einen Haufen Geld dahinter hängt und trotzdem ist diese Cuvetierung das, in Frankreich heißt Assemblage, diese Mischung zum bestmöglichen Endprodukt. Und wie ist das möglich? Durch diese Rebsortenvielfalt, die es dort gibt. Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc, Melot, beim Roten sind die drei großen, die machen so 95% aus im roten Bereich und Sauvignon Sémillon, auch die machen so 92, 93% aus bei den Weißweinen. Und je nachdem, wie ich die Cuvetiere, entsteht dann ein eigener Stil und eben im Idealfall das Beste, was aus diesem Jahrgang rauskommen kann. Und heute diese Verteilung 85-15 oder 80-20, je nachdem, wie man es sehen möchte, rot dominiert zu weiß, die war nicht immer so. Es gab ein einschlägiges Jahr in der Geschichte von Bordeaux, das war 1956. Das war zum damaligen Zeitpunkt das kälteste Jahr in der Geschichte, seit Aufzeichnung 1709, glaube ich, wo Bordeaux aufgewacht ist in einem Februarmorgen mit über einem Meter Schnee und tatsächlich die Reben faktisch erfroren sind. Also dieses Jahr hat 15-20% des Gesamtertrags nur rausgebracht und bei vielen Weingütern ist nicht nur die Lese ausgefallen, sondern viele Reben im Zuge dieses Frostes tatsächlich auch kaputt gegangen. Es gibt eine Geschichte von Lilian Barton-Sartorius, das ist die Tochter von dem damaligen Besitzer von Lévi Barton gewesen, die gesagt hat, sie ist morgens aufgeweckt worden von ihrem Vater, der gedacht hat, draußen wird auf Leute geschossen oder es ist Jagd oder irgendwas, weil das extreme Schläge getan hat und tatsächlich waren das einfach die Reben, die geplatzt sind vom Frost. Da ist das Wasser in den Reben förmlich aufgefroren und die sind kaputt gegangen und was ist letzten Endes passiert, es sind so viele Reben zum damaligen Zeitpunkt gestorben, die ersetzt werden mussten und die Rebschulen sind nicht nachgekommen. Und das hat zu zwei wesentlichen Problemen geführt. Zum einen war es so, die Klone, die dann teilweise vertrieben worden sind, sind Klone gewesen, die sich im Laufe der Jahrzehnte dann gezeigt haben, als sie waren unglücklich, die sind teilweise ersetzt worden dann in den 60er Jahren, weil sie sich einfach als nicht krankheitsresistent oder nicht mit dem Boden verträglich rausgestellt haben. Und das Zweite ist, es gab an der Verfügbarkeit sehr zu wenig. Das heißt, die Regierung hat gesagt, okay, wir fokussieren uns beim linken Ufer auf Camenet Sauvignon und beim rechten Ufer auf Merlot. Und weil eben viele damals wussten, Bordeaux steht für Rot, das ist das, was international am Weltmarkt Erfolg hat, haben immer mehr Rot gepflanzt und das damalige Verhältnis von 60 Prozent weiß, 40 rot, ist verschoben worden, mehr und näher, zu heute 80 oder 85, zu 15 beziehungsweise 20 Prozent. Also das war einer dieser Shifts, der hervorgerufen wurde durch diesen Frost und der auch dazu gefüttert, dass dieses Verhältnis von Cabernet linkes Ufer und Merlot rechtes Ufer sich noch viel, viel stärker gezeigt hat. Was unter anderem auch da dahinter steckt, es gibt unterschiedliche Böden. Auf dem linken Ufer habe ich so einen Sandboden mit so großen Kieselsteinen, letzten Endes Ablagerungen von den Pyrenäen, als damals nach der Eiszeit der Schwall runtergegangen ist und diese Böden zeichnen sich dadurch aus, dass gerade diese großen Kieselsteine die Wärme unglaublich gut reflektieren und eine Rebsorte wie Cabernet Sauvignon, die sich echt schwer tut zu reifen, sich auf dem linken Ufer wohler fühlt, weil durch die Reflexion sie tatsächlich reif wird. Das würde auf dem rechten Ufer schwieriger funktionieren. Die Böden dort, die können tatsächlich besser Wasser so ein bisschen speichern. Merlot kann es ein bisschen besser ab, wenn seine Füße im Wasser stehen und trotzdem beides Free Draining, also da läuft das Wasser ganz gut ab. Nichtsdestotrotz, Merlot ist eben der, der früher reift, auf dem rechten Ufer besser aufgehoben gewesen damals. Wenn wir jetzt das Ganze ein bisschen weiter denken, Global Warming und so weiter, Klimawandel, jetzt hat der Merlot irgendwann natürlich ein Problem bekommen und die 12,5-13% Alkohol, die wir in den 80er Jahren noch auf dem Etikett stehen hatten, die sind heute schwer zu schaffen. Also der Cabernet wird jetzt super reif, das ist toll für den Cabernet, der Merlot wird teilweise zu reif und zieht den Alkohol ziemlich hoch, sodass wir teilweise 14, 14,5 Alkohol schon auf dem Etikett sehen. Und da werden wir in den nächsten Jahren sicherlich noch Bewegungen sehen, die vielleicht vom Merlot weggeben, die die Quittierung runterfahren, die ihn früher lesen und Rebsorten wie Malbec jetzt plötzlich wieder in Mode kommen. Auch der Cabernet Franc, der lange Zeit immer weiter runtergefahren worden ist, der war immer so eine Art Schlechtwetter-Backup, nennen wir es mal so. Cabernet Franc reift ein bisschen früher als Cabernet Sauvignon und ist nicht ganz so rabiat, robust, nicht ganz so hoch im Tannin, ist eher so ein bisschen die geschmeidigere Version der Cabernets. Der ist letzten Endes so das Backup gewesen, wenn es Cabernet nicht geschafft hat, Sauvignon, hat es Cabernet Franc geschafft, dann haben sie den mit reinquittiert. Auch der könnte jetzt vielleicht im Zuge dessen wieder zurückkommen, weil er eben später reift als ein Merlot. Und wenn man sich mal vorgestellt, wenn ich jetzt eine Quittierung mache aus Cabernet Sauvignon und Merlot, linkes Ufer Cabernet größerer Anteil, aber da wird Merlot reingegeben, so zwei Drittel, ein Drittel ist so das Durchschnittliche und auf dem rechten Ufer Merlot, großer Anteil, ab und zu Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc mit dazu. Wenn man sich so eine Quittierung vielleicht mal vorstellen will, ich habe da eine sehr schöne Metapher dafür bekommen oder eine sehr schöne Symbolik, stellt euch das vor wie so ein wie so ein menschlicher Körper. Und Cabernet Sauvignon beschreibt quasi das Skelett, das Grundgerüst und der Merlot bildet das Fleisch und die beiden in Einheit bilden dann entsprechend die Form, die Figur, den Menschen, den ich repräsentieren will und nur Fleisch bringt irgendwie nichts, das ist so ein Blob und nur Skelett bringt auch nichts, weil da habe ich zwar eine Struktur, aber es ist halt nicht wirklich ein Fleisch dran, ein Rückgrat. Es gibt Ausnahmen, es gibt Weingüter, die sich hauptsächlich auf die Cabernets fokussieren, es gibt Weingüter, die machen teilweise 100% Merlots, die haben auch über 150 Jahre gelernt, wie sie das anstellen können, bloß grundsätzlich Bordeaux reden wir von Cuvées und dieses Bild fand ich ganz gut, um zu verstehen, was es eigentlich bedeutet, den perfekten Körper zu schaffen für den Wein, den ich produzieren möchte als Weingut. Diese Konsistenz, die sich dann über die Jahrzehnte entwickelt hat und eben auch befeuert wird durch das, was wir heute wissen, das, was wir heute an Technik zur Verfügung haben, sorgt dafür, dass generell das Qualitätslevel einfach viel, viel höher ist. Das geht nicht nur vor Bordeaux, gerade aber in Bordeaux zeichnet sich das immer mehr ab, dass ich eben diese 15, 20 Euro Weine schon mit Riesenqualität verfügbar habe, auch mit dem internationalen Handel, mit dem Internet, das ist alles breiter verfügbar geworden, Preise sind vergleichbar und ich habe die Möglichkeit da durchaus das ein oder andere Schnäppchen zu schießen und eine Frage, die häufiger kommt, gerade wenn ich auch Bordeaux-Verkostungen mache, wie mache ich denn das jetzt mit dem Preis? Woran mache ich das denn fest? Kann denn wirklich ein Wein, der das 10-fache kostet, auch 10-mal so geil sein und das war für mich, das waren so 2-3 Jahre Investitionen in Weiterbildungen, wenn man es so nennen kann, ich war bei René Gabriel jedes Jahr und habe mir so Vertikalen gegeben von einem Weingut, das über mehrere Jahre zeigt, was kann das, was aber viel spannender war, waren Horizontalen, das heißt, ein Jahrgang und alle möglichen Weine aus diesem Jahr und René Gabriel hat damals Weine reingestellt, wie ein Chateau Mönet, der irgendwie 30 Euro kostet in der Subskription, der hat aber auch Latour, Lafitte, Aubriant und Co., die bis ins Vierstellige hochgehen mit drin und dann habe ich eben diesen Vergleich, wie reift das, ich erinnere mich an eine 86er-Probe, wo Weine, die vielleicht wie Papel Clément einfach gerade so im dreistelligen Bereich sind, um Längen die anderen schlagen und jetzt könnte man sagen, das lag vielleicht an den Flaschen, wenn du da niemanden stehen hast, wie ein René Gabriel, der sagt, naja, die waren schon immer die, die sich da ein bisschen stärker vorgetan haben, gerade in solchen Jahren, ich denke an einen Chateau Talbot, an den ich mich erinnere von 86, den ich auch am Freitag wieder verkosten darf, da freue ich mich sehr darauf, das sind einfach Weine, die preislich ganz woanders liegen und um es kurz zu sagen, Wein ist keine Mathematik und das gilt auch nicht für das Bordeaux, das heißt, der 10-fache Preis ist nicht gleichzeitig das 10-fache an Qualität und jeder von euch darf selbst entscheiden, ob ein Wein für 30 Euro, der vielleicht in der Qualität nicht da steht, wo ein 300 Euro Wein steht, das 10-fache am Preis wert ist oder nicht, wenn ich dieses Gap haben will und ich habe für mich entschieden, dass die Weine, die sich zwischen 30 und 80 Euro bewegen, die sind, wo ich sage, da ist es mir durchaus wert, in ganz besonderen Momenten so eine Flasche zu öffnen und wenn es ab oben dreistellig wird, war mir persönlich das einfach too much für das, was es gibt. Es ist toll, solche Weine zu verkosten, es ist ein sehr, sehr demütiges Gefühl, sowas zu erleben, gerade wenn das Zeug sehr, sehr alt ist und das entsprechend dann auch mal verkosten zu dürfen, bloß das wären keine Weine, die ich mir auf lange Frist in den Keller lagere. Ich bin gerade wieder in meinem Keller, ich habe für mich eine Regel definiert, ich habe am Eingangsbereich dieses Kellers so eine Eichendiele, so eine Schwelle liegen und meine Definition ist, jeder Wein, der hier drüber wandert, der möchte getrunken werden. Das ist kein Anlageobjekt, nichts zum Handeln, das darf jeder entscheiden, wer möchte. Für mich war das die Definition, der möchte getrunken werden, im Freundeskreis, mit Kundschaft oder vielleicht in schönen Momenten, alleine oder zu zweit und das ist im Endeffekt so mein Credo und das sind ganz, ganz selten Weine, außer sie kommen vielleicht aus einer Kranzensammlung, die einen besonders hohen Wert haben. Natürlich für den Fall, dass es mir irgendwann mal schlecht gehen sollte, es kann immer was passieren, Krankheit, was auch immer, familiär, dann sind die sicherlich auch ein gutes Backup, bloß grundsätzlich möchte Wein ja genossen werden und ich bin überhaupt kein Fan davon, dass diese Weine immer mehr Spekulationsobjekt werden und das können wir heute sehen und das wird sich die nächsten Jahre nur noch verschlimmern. Ich bekomme auch oft die Frage, was ist so die tollste, die wertvollste Flasche, die du im Keller hast? Für mich geht Wert dabei viel mehr den emotionalen Weg als den tatsächlich materiellen und ein Wein, wo ich jetzt gerade Gänsehaut habe, wo ich immer Gänsehaut kriege, wenn ich daran denke, der kommt aus einer Sammlung, das ist ein Chateau Bataillie 1944 und dieser Wein ist einfach, also mir fehlen gerade so ein bisschen die Worte, das ist ein Wein, der mich so ehrfürchtig macht, ein Produkt, das mittlerweile 80 Jahre alt ist, Trinkfähigkeit, ja, in Frage gestellt, eines Tages werde ich ihn sicher öffnen, der wird niemals diesen Keller verlassen, außer wenn ich ihn selbst aufmache, der ist 1944 gemacht worden, in einem Jahr, wo die Welt ganz andere Probleme hatte und trotzdem haben sich ein paar Menschen aufgerafft und gesagt, wir halten an unserer Tradition fest, so schlimm das Ganze auch ist und wir machen diesen wundervollen Wein und diesen Wein, auf den werde ich mich eines Tages freuen und das ist für mich die wertvollste Flasche in diesem Keller. Direkt dahinter, Platz 2, was den Wert angeht oder vielleicht auch das, was meine Bordeaux-Liebe ausgemacht hat, eine Story, die ich schon häufiger erzählt habe, ist diese Flasche Sautern, die ich im Intro angekündigt habe. 1962, keine besondere Flasche, by the way, bloß die ist dafür verantwortlich, dass ich mich immer mehr mit Bordeaux beschäftigt habe, meinen Weg gefunden habe zu Bordeaux als Region und festgestellt habe, das Zeug ist lagerfähig. Die habe ich von einem Flohmarkt in München, das war eine Lagerauflösung oder eine Ladenauflösung an einem Freitagabend im Jahr 2013, war mit meiner guten Freundin Julia unterwegs, sie hat sich Bilderrahmen angeguckt und ich habe eine Kiste mit Wein entdeckt und da war unter anderem dieser Wein drin und auf dem Weg nach Hause in der S-Bahn habe ich die Flasche gegoogelt und habe gesehen, oh, 462 Euro bei einer Auktion, was steckt denn da dahinter und habe mich immer mehr in das Ganze eingelesen. Der eigentliche Funfact an diesem Wein war ein ganz anderer. Was hier unten drauf steht, ist der damalige Produzent der Negotions, der Firma Krüß, heißen sie heute damals Kruse, eine Handelsfamilie aus Schleswig-Holstein, die sich vor vielen hundert Jahren ins Bordeaux begeben hat, um dort Handel zu betreiben und Hermann Kruse damals, heutiges Dänemark, damals Schleswig-Holstein, Hermann Kruse war ein Kenner von dieser Region und ist heute noch eine der dominierendsten oder eine der geschichtsträchtigsten Familien in Bordeaux, formulieren wir es mal so. Die haben heute noch Weingüter. Hermann Kruse hat sich damals dort niedergelassen als Händler und hat in einem absoluten Coup 1847 die komplette Subskription, den kompletten Jahrgang auf La Plaste Bordeaux, auf dem Handelsplatz, aufgekauft. Und wie sich dann später herausgestellt hat, auch noch ein großer Jahrgang. Der Witz damals war, da waren die Waren dann noch gar nicht gefüllt, die hingen noch am Stock. Also damals habe ich auf den Handelsplätzen die Weine gekauft, als sie noch gar nicht gefüllt waren. Der hat es spekuliert, der hat es gekauft und er hat Recht behalten und das hat ihn halt sehr, sehr reich gemacht und das hat unter anderem dazu geführt, dass er viele, viele große Chateaux kaufen konnte. Er hat Chateau Chisecourt gekauft, er hat Rossant-Seglar gekauft und und und. Branté-Canet hat die Familie mal besessen und sie haben lange Zeit dazu beigetragen, den Ruf zu fördern, Bordeaux international bekannter zu machen, haben die Chateaux groß gemacht, haben dort viel investiert. Leider ist diese Familie auch für einen, wenn nicht sogar den größten Skandal in der Geschichte von Bordeaux verantwortlich. 1978 ist nämlich die Familie verknackt worden wegen Weinpancherei und das war eine der ersten Geschichten, die ich damals gelesen habe, als ich mich mit dem Wein beschäftigt habe und das hat im Endeffekt dazu geführt, dass sie fast alles verkaufen mussten und sie heute in der Familie nur noch ein Weingut im Besitz haben. Sie sind rehabilitiert und letzten Endes ist das so das, was auch die Geschichte von Bordeaux mitbestimmt hat und mir begegnet Krüß immer wieder. Ich habe irgendwann mal aus einer Sammlung raus einen 1970er gekauft von Tateau Pentecanet und auch da steht Krüß noch drauf. Also immer wieder ein bewegendes Ereignis für mich und auch das eine Geschichte, die es definitiv lohnt, mal nachzulesen, was mit dieser Familie alles so passiert ist. Das war so mein Einblick ins Bordeaux, mal weg davon, die Regionen im Einzelnen zu erklären, weil das gibt es überall, können wir gerne auch mal machen, bloß für mich ist es so, dass ich finde, Bordeaux hat eine sehr, sehr spannende Geschichte, Bordeaux hat viel erlebt, Bordeaux hat unglaublich viel zum Prestige von Wein weltweit beigetragen. Gleichzeitig ist es an Bordeaux in meinen Augen, dass sie mal anfangen umzudenken, was ihre Kommunikation angeht, was die Bewirtschaftung angeht und es gibt viele Weingüter, dort auch die Kleineren, die das jetzt nach außen tragen, die von Biozertifizierung regeln, Biodynamie wird immer bekannter dort, die von nachhaltigen Anbaumethoden sprechen, die auch die Preispolitik bewusst hinterfragen, diese alten hierarchischen Strukturen und in den nächsten 20 Jahren wird, bin ich mir 100% sicher, Bordeaux sich extrem mausern, es wird sich dort viel bewegen und das wird auch für uns alle, für uns Genießerinnen und Genießer, die Chance ermöglichen, an solche Weine ranzukommen und vielleicht nicht seinen halben Kleinwagen dafür investieren zu müssen. In diesem Sinne, wenn ihr die Chance habt, trinkt ein gutes Tröpfchen Bordeaux, ich habe am Freitag eine große Bordeaux-Veranstaltung mit Weinen aus meinem und aus dem Keller von Eberhard Spangenberg im privaten Kreise vor mir, ich freue mich unglaublich auf diese Weine und ich werde natürlich berichten davon, wie diese Verkostungen waren und euch das eine oder andere davon gerne teilen, vielleicht ein bisschen Inspiration geben und dem einen oder anderen für euch vielleicht auch ein bisschen mehr von meinem Euphorie, Eifer für Bordeaux mitgeben. Wir hören uns am Samstag wieder beim Weekly Update. Bis dahin. Ciao, ciao. Ciao, ciao.